Ja, guten Tag, alle zusammen. Hallo. Und weiter geht's. Aber ich glaube, das Schießen... Ach ja, Entschuldigung nochmal für die letzte Folge. Da ist was mit dem Sound schief gelaufen. Also entweder war es die Webcam, das Webcam-Mikro oder vom Headset, was leider eingestellt war. War keine Absicht. Ich habe leider keine Testaufnahme gemacht, ich Idiot. So. Ja, weil wir es nicht geschafft haben. Du hast es geschafft. Nein, wir haben es nicht geschafft. So, wo ist jetzt der andere schon wieder hin? Da. Boah, der geht aber schnell in Flammen auf. So, jetzt hole ich gleich mal das Zielgewehr. Nein. Wo? Ach, da oben. Boah, jetzt schüttest du den Ausschlag? So. Ja. Da oben. Oder? Wie ist es, wie das Boot da treibt? Die anderen auch. Aber da ist keiner mehr, oder? Ist es nicht. Lauf doch mal. Doch, da hinten, auf der anderen Seite. Da oben. Da. Da, 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 da. Da hat irgendjemand geschossen. Wo ist er denn? Ich sehe... Irgendwo her? Okay. Hinter dir ist der. Nee, nee, nee. Ich sehe die ja da oben. Schau. Da siehst du die unten links auf der Karte. Da sind... Achso. Nein, ich will doch nicht tauchen. Okay. Alles klar. Da ist schon mal irgendwas. Teilgesammelt. Ich sehe nichts. Wo ist denn der? Nochmal hier. Nein. Ah. Aber... Aber ich sehe die nicht. Weiß was, ist mir jetzt wurscht. Ah. Mal da rüber. Müssen da irgendwo sein. Nee. Das... Wie... Ich sehe die nicht, die Frecker. Meine Güte, das nervt mich jetzt irgendwie. Ron would have found something ten minutes ago. Vor allen Dingen, die sind ja auf der anderen Seite da. Oder sind die... ...innen drin? Ey. Ich sehe die nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen. Ich sehe sie einfach nicht, Leute. Vielleicht auf die Brücke drauf? Oder ich schnappe mir so einen Hubschrauber. So. Einmal. Zweimal. 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 Wurter. Wurter. You ain't motivating me. I'm moving as fast as I can. Bapapam. Erwischt. Wo kommt der andere? Oh, schau mal. Die gehen gleich den Wasserfall runter, die Bode. Find something, Mike. Find something. Hohoho. Ja, naja. Aber das ist auch der Einzige. Wo sind die? Find the shooters with them, before they find me. Warte mal. Ah. Jetzt gehe ich mal da rauf. Ja, da ist einer. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ah, falscher Knopf. Jetzt sehe ich erst recht nichts mehr. Wie macht man das aus? Meine Güte. Wo ist der? Die müssen doch da irgendwo... Ah, da ist einer. Okay. Und da? Nee, der hat irgendwie da geschossen. Hier. Da ist er. Ah. Na, endlich. Okay, warte. Oh. Ja. Wo ist der jetzt? Der muss hier irgendwo sein. Da oben? Da ist irgendwas. Eine Lampe? Wo ist der? Jetzt kommt noch ein Hubschrauber. Auch noch. Ach, der Hubschrauber da oben. Werden sie es schaffen. Ja, sie schaffen es. Ob jetzt kommentiert, kommentiert mal. Ach, komm. Nein, ich will weiter Autofahren. Go, go, go. So. Okay, jetzt kommt noch ein Hubschrauber. Ja. Irgendeiner schießt doch da noch vom Boot, oder? Nee. Nein, die oben sind noch gar nicht da. Jetzt schießt der oben. Nee, doch noch nicht. Jetzt ist er aufgetaucht. Wie schlecht. So. Da war einer. Da war... Wo war der andere? Da oben. Ja, aber da muss noch ein anderer sein. Ist mir zu wurscht. Jetzt erstmal den Hubschrauber. Okay. Okay. Die nehmen wir. Na. Ist der denn erwischt? Okay. War es das? Bitte. Nein. Da schießt noch einer. Da ist doch schon... Wo ist der schon wieder? Da hinten. Da, 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 da. Da unten. Da unten. Alles klar. Oh, ist das gemein. Oh, wie ein Köpfer reinmacht. Wie schwimmt man da? Ich kann nicht. Scheiße, jetzt geht... Nein. Geh hoch. Nein, lass mich. Lass mich. Geh raus aus dem Wasser. Geh hoch. Jetzt geh hoch. Boah, Gott sei Dank. Der wäre jetzt beinahe gestorben, weil er zu lange unter Wasser war. Nein, nicht das Boot. Geh aus dem Weg. So, du darfst gleich wieder. Oder fährt der jetzt? Anscheinend fährt der. Dann müssen wir schießen. Willst du mal schießen? In the boat. Komm. Okay, dann... Down the rapids, if you please. Oh, oh. Okay, haben wir. You're right. It's a beautiful thing. Ba, 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 ba. Okay, den haben wir auch. Wo? Wo denn? Rechts ist noch an der Straße. Da. Platten schießen? Wo ist noch einer? Einer mehr da. Ach, du siehst es unten. Ja. Ich denk schon, wer weißt du das? Na, komm. Die Wanderer. Der Hubschrauber. Der ist doch schon kaputt. Der ist doch schon kaputt, der alte Frecker. Sag mal, wie lang fahren die mit dem Boot. Na, das dauert noch. So, jetzt musst du fahren, oder? Ja. Leg am Strand an. Wo? Da links, also links rum. Oh, Mann. Nein, 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 rumfahren, rum, rechts, rechts, rechts. Fahr, fahr weiter. Bis zum gelben Punkt. Ja, nicht zu nah am Strand, sonst stranden wir. So, hier, links. Ron, organisiert das Transport für uns. Ja, eigentlich hättest du da hinten, aber gelb. Und dann zum Auto. Nimm am besten den rechten. Welchen rechten? Na, den da, wo nicht links ist. Den rechten. Ach, das Auto. Ja. Ich dachte, du meinst den Knopf. Achso, nee. Ich will, dass der schneller läuft. Da musst du ganz schnell auf den blauen drücken. Achso, ich bin schon da. Auf den grünen, meine ich. Achso, ich bin schon da. Ich kann nichts machen. Das ist eine Zwischensequenz. Achso. Hey, 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 hey. Hey, bevor du gehst, zeig mir den Loop. Oh, yeah, was ist der Dusk? Was haben sie jetzt? Perfect for fucking what? Perfect for fucking what? We give him this and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be Thedman in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, nah, your job, fuck things up with the Mexicans to begin with. My job, my score, guess your own. Na, du musst halt lesen, was die sagen. Ja, mach ich ja, aber trotzdem bin ich dran. Das ist wie eine Geschichte. Hey, hey, you give me that case, I'll give you something bigger. Und die Frau spielst du in dem anderen Spiel? Ja, in Online. Oh Gott, achso. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Virgin suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs, a big one. I know, it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board. Ja. We could do this thing, T. This ain't no dream no more. Hey. You keep the case. Fuck you, okay? Alright. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, alright? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Der hinter den Herr ist inzwischen. I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, alright, Cor? And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. Ja, ich würde mal sagen, schnapp dir mal den Buggy, fahr noch ein wenig rum und dann kommt die nächste Folge. Bestanden. A drücken. Also grün. Jetzt kannst du mal ein wenig am Strand rumheizen, komm. Da ist das Fragezeichen. Schau mal, was der sagt. Hallo, Talies on the line too. Hey, Trev. Alright, I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah, 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 nah. I just need something to last her. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Ja, du kannst alles machen, was du willst. Gib mir eine Woche. We got the equipment with your Blader money. The Gangbanger is already on the way. The window is open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Alter Schwedig. Komm rückwärts, über den Bauarbeiter drüber. Rückwärts drüber? Schau, die arbeiten nix. Bestraf sie. So, und jetzt ist die Polizei hinter dir her. Viel Spaß. Der ist so langsam. Warum hättest du dir einen anderen nehmen müssen? Bevor du die Polizei holst. Moppet! Jetzt hast du schon zwei Sterne. Oh, die sind schon da. Oh. Kann er wieder zum Strand runter, ne? Ja. Da kannst du dir noch mehr Sterne holen, indem du die Leute überfährst. Hopp, mach. Ja, warte, ich drehe ja gerade um. Der dreht so schlecht. Jetzt würde ich abhauen. Geh mal kurz her. Ah, der ist so lahmarschig. Warte mal. Ich hole mal ein anderes Auto. Äh, der da hier. Gib mir dein Auto! Oh, der andere ist schon ohnmächtig. Oh, das Auto kenne ich noch gar nicht. Ey, Polizei. Ruhe. Du wolltest doch in die andere Richtung. Ja, ja, ich mach gleich. Weil man braucht ein bisschen Anlauf. Ja, fünf Kilometer. Ja, natürlich. Ach. Ja, der ist gar nicht so schnell irgendwie. Das ist ein Ocelot. So, mal schauen. Und dann gebe ich an dich weiter, okay? Ah, nein! Ah, Kreiztonerwetter. Das Auto bringt's nicht. Neh mal den. Boah. Jetzt geht halt weg, ihr Polizisten. Den will ich haben. Äh, wo ist er jetzt hin? Ey! Jetzt ist er abgehauen, oder was? Oh, Mann. Moped! Jetzt kommt wieder keiner. Was ist das für einer? Oh, der andere hat's voll rausgeschleudert, ne? Da? Ne, auch nicht. Vielleicht geht's mit dem Motorrad besser. Ne. Oder? Vielleicht? Das ist der da hier. Warte. Oh, oh. Renn, 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 renn. Nein, du Arsch! Ja, jetzt hat er Richtung fahren. Ja, der hat ge... Und die schießen auch. Ja, und ich bin gleich tot. Warte, das Motorrad. Nein! Oh! Naja, okay. In der nächsten Folge verspreche ich euch, äh, bringe ich sie mal auf den Militärflughafen und dann schauen wir mal, was ihr da treibt. Tschüss! Tschüss! Das war's.